Hi, was geht's? Schön, dass ihr da seid. Vielen Dank fürs Einschalten. Wir sind hier mit einem neuen Video direkt am Anfang als, nicht Warnung, aber so als kurze Einteilung, was in dem Video los ist. Wenn ihr euch wirklich nur für Football interessiert und letztendlich euch YouTube und ich und mein Kanal und sowas komplett egal ist, dann ist das Video sehr, sehr, sehr wahrscheinlich einfach nichts für euch. Die nächsten Videos werden wieder ganz normal, aber vielleicht ist es dann, wie gesagt, jetzt nicht das. Ich will niemandem das Zeit verschwenden, also vielleicht einfach Like da lassen und weggehen oder auf einen neuen Tab gehen und das Video hier im Hintergrund durchlaufen lassen, wie auch immer ihr Bock habt. Auf jeden Fall geht es heute eher darum, keine Ahnung, um die ganze YouTube-Sache, weil ich immer wieder Fragen kriege, wie das Ganze funktioniert, wie so ein durchschnittlicher Tag bei mir aussieht, wie ich überhaupt dazu gekommen bin, YouTube zu machen und so weiter und so fort. Und ich hätte gerne Fragen für ein Q&A. Ich werde das Q&A machen am 05.08. oder so, dass es am 05.08. veröffentlicht wird, denn das sind dann genau zwei Jahre, an denen ich jeden Tag ein Video hochgeladen habe. Direkt am Anfang, wo jetzt vielleicht viele von euch noch da sind, die dann im Laufe des Videos weggehen oder sowas, bevor ihr die Q&A-Fragen schreibt, denkt dran, nichts jetzt dazu, wie YouTube funktioniert und so, das mache ich alles in dem Video. Ich versuche abzudecken und wenn ich irgendwas vergesse, könnt ihr es ja am Ende immer noch in die Kommentare schreiben. Und am besten nicht sowas wie, was denkst du von den Broncos nächstes Jahr, was hältst du von Cortland Sutton nächstes Jahr. Also nicht so zu einzelnen Spielern, zu einzelnen Franchises, da komme ich sowieso drauf zu sprechen, also sowas bitte nicht. Wer ansonsten Fragen hat, zu NFL, zu mir, zum Kanal, was auch immer, in die Kommentare am 05.08. kommt dann das Q&A. Alright, ich habe es eben gesagt, am 05.08. sind zwei Jahre, an denen ich jeden Tag ein Video hochgeladen habe. Den Kanal selber gibt es schon seit 2017, wenn ich mich nicht irre. Nee, kann das überhaupt sein? 2017? 2018? Nee, 2017 ist richtig. Seit 2017 gibt es den Kanal im Herbst, glaube ich, also jetzt fast drei Jahre. Ja, fast drei Jahre. Und ich weiß nicht genau, wie ich darüber reden soll, wie ich dazu gekommen bin. Ich kam aus Neuseeland wieder, nachdem ich Abitur gemacht habe. Und irgendwie war das mit dem Studieren alles nichts. Ich glaube, ich habe mich nur in Berlin beworben, weil ich wusste, dass ich Sport studieren will. Und man für die ganzen anderen Universitäten eine Sporteignungsprüfung braucht. Und die konnte ich nicht machen, weil ich nochmal am Knie operiert wurde, als ich wiederkam aus Neuseeland. Und deswegen hat das Ganze nicht so funktioniert. Deswegen konnte ich mich quasi nur in Berlin bewerben, wurde nicht angenommen. Mein Abi war nicht so gut. Ich glaube, zwei, vier? Irgendwas in dem Dreh auf jeden Fall. Und ich habe dann gewusst, ich muss halt irgendwas machen. Ich kann jetzt nicht einfach ein Jahr lang einfach nichts machen und warten, dass ich dann studiere. Und Arbeiten ergibt Sinn theoretisch, wenn man da hätte Geld sparen können, ist auch immer wichtig. Und gleichzeitig halt eine Beschäftigung hat. Ich habe auch eine Zeit lang gearbeitet. Einfach bei Teddy, wem das was sagt. So ein Euroladen an der Kasse. Aber ich will jetzt nicht sagen, das ist nichts für mich. Weil ich glaube, es gibt wirklich wenig Leute, die das mit Leidenschaft machen. Die das wirklich gerne machen. Und ansonsten, die meisten Leute machen es halt einfach, weil sie einen Job brauchen. So ist ja klar. Das sind ja die meisten Jobs. Aber da ging es mir echt nicht gut, immer wenn man da steht. Weil man einfach, keine Ahnung, vielleicht kennen das manche von euch oder so. Das ist so stumpf. Also ich weiß, wie gesagt, dass die meisten Leute das nicht mögen. Und deswegen bin ich auch glücklich, dass ich in einer Situation war, wo ich quasi das nicht weitermachen musste. Sondern wo ich sagen konnte, okay, lassen wir das mal lieber. Ich muss jetzt Gott sei Dank kein Geld verdienen, weil ich noch bei meinen Eltern wohnen konnte und so weiter. Ich kann irgendwas anderes machen. Und ich wusste da schon, ich stehe extrem auf Football und wie kann ich das irgendwie umsetzen und keine Ahnung. Das Ziel war nicht direkt, ja, okay, ich verdiene jetzt damit Geld. Das war nicht in meinem Kopf, dass ich gesagt habe, ich mache das einfach und dann in so und so vielen Monaten verdiene ich dann damit Geld und dann ist gut. Denn das kann man nicht voraussetzen. Da gehört eine Portion Glück dazu. Und dann natürlich in meinem Fall einfach Kontinuität, einfach immer weitermachen, jeden Tag ein Video hochladen und sowas. Und halt sich auch wirklich mit dem Zeug beschäftigen, worüber man redet. Nicht einfach nur Kamera anmachen und irgendwas reden, was man halt gerade im Kopf hat. Obwohl das genau das ist, was ich heute gerade mache. Deswegen habe ich gedacht, vielleicht mache ich diesen Kanal, wenn es Leuten so geht wie mir und die auch auf Football stehen und auch darüber reden wollen, aber theoretisch im Umfeld nicht wirklich Leute haben, mit denen man über Football reden kann, weil es ja nur echt noch nicht so populär ist wie Fußball zum Beispiel oder sowas. Und es hat auch gut funktioniert. Ich hatte direkt am Anfang ein paar Leute, die halt wirklich mir guten Support da gelassen haben und keine Ahnung, konstruktive Kritik und so. Denn man kommt ja nicht rein und macht YouTube und ist direkt selbstsicher, mit einer Kamera zu reden oder sowas. Sondern man redet dann erstmal so und ist im Mikrofon und weiß nicht genau, wie man das Ganze machen soll. Ich glaube, ich habe am Anfang noch viel mehr meine Arme benutzt und alles. Also so kleine Hinweise kamen dann immer, aber alles wirklich konstruktiv verpackt, was auch immer. Und ich glaube, nach drei Monaten oder sowas, ungefähr, vielleicht ein bisschen weniger, hatte ich dann 100 Abonnenten. War ich dreistellig. Und nach einem Dreivierteljahr oder sowas, hatte ich 1000, glaube ich. Und dann kann man sich, wer das nicht weiß, oder damals war es zumindest so, ich weiß nicht genau, wie es jetzt ist, wenn du 1000 Abonnenten hast und mindestens so und so viel Watchtime, also angeschaute Zeit von allen Leuten, die sich Videos angeguckt haben, zusammengerechnet, über die letzten sechs Monate oder sowas, dann kann man sich drauf bewerben, in dieses YouTube-Partnerprogramm reinzukommen. Aber das Ding ist, die Watchtime war für mich kein Hindernis, weil ich, wie gesagt, halt jeden Tag ein Video hochgeladen habe und relativ wenig Aufrufe hatte. Aber dadurch, dass es jeden Tag war und dadurch, dass die Videos nicht nur zwei Minuten lang waren oder sowas, sondern schon 10 bis 20, 30, was auch immer, oder als ich dann mit Madden angefangen habe, auch bis zu 50, bis zu einer Stunde, dadurch war die Watchtime kein Problem für mich. Das heißt, ich musste nur noch auf diese 1000 Abonnenten kommen. Und das hat ein bisschen gedauert bei mir, ist auch logisch, weil ich ja jetzt irgendwie nicht High-Production war. Ich saß halt einfach in meinem Zimmer, habe über Football geredet und dann ist es generell auch immer schwer, die Aufrufe zu kriegen, die Aufmerksamkeit zu kriegen oder so. Ich habe mich halt auch an niemanden hochgezogen oder so. Also niemand kam jetzt, hat mich unterstützt oder so ein Zeug. Also in der YouTube-Szene natürlich. Und das Ganze war auch nur möglich, jetzt überhaupt auf 1000 Abonnenten zu kommen. Ich will nicht von schnell reden, weil es an sich nicht wirklich schnell war. Es hat schon sehr, sehr lange gedauert. Aber weil ich halt wirklich jeden Tag ein Video machen konnte, weil ich nichts anderes nebenbei machen musste, weil ich nicht arbeiten musste oder so, weil ich noch bei meinen Eltern wohnen konnte und so. Und die ja generell, die haben mich halt auch total unterstützt, was das ganze YouTube-Zeug angeht. Von wegen, weil ich gerade am Anfang auch immer unsicher war, wenn ich wusste, okay, mir hört jetzt jemand zu, wie ich rede. Das ist ja dann auch irgendwie komisch. Oder auch zum Schluss jetzt noch, manchmal hört man dann halt, dass im Haus irgendwas los ist oder so. Deswegen, manchmal sind die dann halt einfach im Wohnzimmer geblieben, so, statt schon hochzugehen, weil ich noch aufgenommen habe. Also das ist halt auch schon überhaupt nicht selbstverständlich und hat mir geholfen. Deswegen, da waren schon viele, viele Voraussetzungen, die erfüllt sein mussten, damit ich überhaupt auf diese 1000 Abonnenten komme. Dann kann man sich bewerben, hat ein paar Wochen, paar Monate, glaube ich, gedauert, bis ich dann bestätigt wurde. Obwohl da auch von Anfang an eigentlich keine Gefahr bestand, dass ich nicht bestätigt werde, weil ich fluche nicht in meinen Videos. Oder wenn, dann nicht, keine Ahnung, irgendwelche harten Ausdrücke oder sowas. Ich habe keine kritischen Themen drin. Ich gehe nicht irgendwie in die anzügliche Richtung oder sowas. Mein Content ist halt wirklich extrem einfach vermarktbar oder so, weil es sehr, sehr harmlos ist alles. Weil wir halt einfach nur über Football reden, weil Football einfach geil ist. Ich brauche den ganzen anderen Quatsch nicht dazu. Deswegen wurde ich dann halt auch bestätigt und so weiter. Und seitdem wuchs es kontinuierlich oder wuchs der Kanal kontinuierlich. Ich weiß nicht genau, wie ich einen normalen Tag von mir beschreiben soll. Das ist so ein bisschen der zweite Teil vom Video jetzt, weil das halt sehr unterschiedlich ist. Also grundsätzlich muss ich jeden Tag was aufnehmen, weil ich meistens nicht schaffe, vorzuproduzieren für mehrere Tage. Das heißt aber, wie gesagt, auch seit zwei Jahren hatte ich keinen freien Tag wirklich. Ich habe, also das soll jetzt nicht klingen wie, oh mein Gott, ich armer. Denn letztendlich weiß ich, ich bin in einer unglaublich geilen Situation und ich würde auch nicht tauschen mit irgendeinem Job, wo ich mehr freie Zeit hätte, den ich dafür aber nicht so gerne mache. Weil ich momentan Geld damit verdiene, über Football zu reden und ich liebe Football. Das heißt, ich habe, ich will nicht sagen, mein Hobby zum Beruf gemacht, weil es noch nicht wirklich ein Beruf ist. Aber ich habe den ersten Schritt dahin gemacht, mein Hobby oder meine Leidenschaft zum Beruf zu machen und so. Also deswegen ist das unglaublich geil. Aber ich habe halt, wie gesagt, trotzdem seit zwei Jahren keinen freien Tag gehabt. Ich habe an Weihnachten Videos aufgenommen, ich habe an meinem Geburtstag Videos aufgenommen und so weiter. Ich habe Videos aufgenommen an Tagen, wo es mir mal nicht so gut ging und ich versuche meistens das irgendwie zu kaschieren. Manchmal klappt es, manchmal klappt es nicht. Aber grundsätzlich mache ich meistens eigentlich tagsüber mein Zeug, ob ich dann halt in der Uni bin oder hier Uni-Zeug mache, Sport, was weiß ich. Manchmal gucke ich tagsüber auch schon irgendwelche Serien oder keine Ahnung. Jetzt mit dem Umzug habe ich mich dann halt tagsüber sehr viel um Umzug und Möbel und dies, das gekümmert. Fahrt, Strom, was gibt es da noch alles? Versicherungen und so Zeugs. Und dann abends ist dann meistens die Zeit, wo ich mich ans Video setze und denke, okay, cool, was mache ich heute? Manchmal steht es fest. In der Saison habe ich ja einen festen Rhythmus. Das ist dann immer ganz entspannt, weil ich quasi morgens schon weiß, okay, heute muss ich irgendwann am Tag das und das Video machen. Jetzt zur Zeit ist es ein bisschen freier, was auch cool ist, weil ich dann die Möglichkeit habe, zum Beispiel einfach mehr Newsflashes zu bringen, wenn da irgendwas passiert oder so. Aber dann muss ich überlegen, okay, was mache ich heute? Was habe ich länger nicht gemacht? Was bietet sich heute an? Wofür habe ich Zeit? Weil ich jetzt auch Videos nicht irgendwie, ich will keinen Kompromiss eingehen von wegen, dass ich sage, okay, normalerweise brauche ich für das Video drei, vier Stunden. Ich habe jetzt nur zwei Stunden Zeit. Na gut, dann stecke ich halt ein bisschen weniger Arbeit rein. Das mag ich nicht. Deswegen merkt ihr auch manchmal, dass ich dann, wenn ich in Videos sage, oh, ich nehme auf und es ist 2.30 Uhr, dann ist es halt meistens, weil ich um, keine Ahnung, elf mit meinem ganzen Zeug vorher fertig war, dann bis 2.30 Uhr irgendwie was vorbereitet habe. Vielleicht Grafiken gemacht, vielleicht Fakten rausgesucht, vielleicht mir ein kleines Skript geschrieben oder so und dann nehme ich auf. Grundsätzlich, wie lange das dauert, kann ich auch nicht so pauschal beantworten, weil es sehr, sehr unterschiedlich ist. Ein Franchise-Video zum Beispiel mit den Panthers, das dauert halt relativ lange aufzunehmen. Vorbereitung ist da aber letztendlich nur mein Aufnahmeprogramm anmachen, die Kamera, also das Objektiv an die Kamera machen, Kamera an, Aufnahmeprogramm an, bumm, fertig. Aufnehmen, dann bin ich eine Stunde mit Aufnehmen beschäftigt, sage ich mal. Danach exportieren, das Bearbeiten in dem Fall dauert vielleicht mit Ladezeiten, keine Ahnung, 20, 30 Minuten. Also es dauert wirklich nicht so lange und dann bin ich fertig damit. Export dauert dann ein bisschen lange, hochladen dauert ein bisschen lange, weil es halt ein relativ langes Video ist logischerweise. Aber bei anderen Videos, wie jetzt zum Beispiel der Division-Analyse, da ist das Aufnehmen der kleinste Part, weil ich da 10, 15, 20 Minuten aufnehme. Und dann danach das Schneiden ist auch nicht so aufwendig. Also jetzt bei YouTubern, die vielleicht mehr cinematografisch machen, mehr wirklich auf visuellen Content gehen, dass irgendwas schön aussehen soll. Die brauchen halt viel länger zum Bearbeiten. Das ist bei mir nicht, weil ja bei mir das Wissen oder das Thema, der Inhalt im Vordergrund steht. Deswegen bin ich da auch nicht mit Fancy Cuts und sowas beschäftigt, sondern ich habe wirklich einfach nur Jump Cuts meistens. Von, wenn ich aufhöre zu reden, bis ich anfange zu reden. Dann, wenn ich längere Strecken habe, ist ein Zoom drin im Video. Und mehr passiert eigentlich nicht. Bilder vielleicht noch zwischendurch, Grafiken und sowas. Aber da ist halt die Vorbereitungszeit relativ lang. Da brauche ich schon mal, keine Ahnung, 3, 4, 5 Stunden dafür. Weil ich gucke, dass ich nichts übersehe, weil ich dann noch überlege, weil ich irgendwelche Statistiken angucke, dies, das. Manches davon schafft es dann halt letztendlich auch nicht ins Video. Aber es ist immer gut, sowas als Hintergrundwissen zu haben, sozusagen, damit man keinen Quatsch erzählt. Und natürlich erzählt man manchmal trotzdem Quatsch. Manchmal absichtlich, weil man halt eine Meinung hat, die letztendlich nicht wirklich von Stats gestützt wird. Das ist ja dann schon ein bisschen Quatsch. Und manchmal, weil ich einfach irgendwas vergesse oder verwechsle oder sowas. Gerade mein Namensgedächtnis ist ja nicht das Beste. Aber ich würde sagen, das kürzeste, wie ich ein Video hinkriege, wenn ich es wirklich drauf anlege, ist vielleicht, also vom wirklich Zeitpunkt des Anfangens bis zum Zeitpunkt, wo es fertig auf YouTube ist, 2,5 Stunden, würde ich sagen. Und wenn ich wirklich richtig Zeit rausnehme, das sind dann halt meistens die Ultimate-Team-Videos am Anfang vom Jahr, weil da halt viel geschnitten ist, viel mit Musik. Das dauert dann schon so 8, 9 Stunden. Ja, 8, 9 Stunden insgesamt, würde ich sagen. Kann natürlich auch immer dauern, sein, dass irgendein Projekt mal länger dauert. Das Instagram-Video, was ich zum Beispiel gemacht habe für Fabriens Geburtstag. Mein Instagram ist in der Beschreibung, falls ihr das noch nicht gesehen habt. Und das hat auch sehr, sehr lange gedauert, weil da halt viel Zeug war, was ich noch nie gemacht hatte oder wo ich wirklich Bild für Bild durchgehen musste und immer ein bisschen einen Zentimeter verschieben und ein bisschen tilten und sowas. Also das kann schon relativ lange dauern, aber insgesamt kann ich Gott sei Dank immer halbwegs einteilen, was mache ich wann, wofür habe ich Zeit, wie viel Zeit stecke ich rein. Und dadurch, dass ich zurzeit ja auch keine Termine morgens habe, kann ich dann, wenn ich erst 4 Uhr, 5 Uhr oder so fertig bin mit irgendwas, kann ich dann auch bis 13 Uhr schlafen oder so und deswegen ist das Ganze cool, ohne dass ich jetzt den unglaublichen Schlafmangel habe. Und das ist halt der nächste geile Aspekt an dem Beruf, sage ich mal, dass ich einfach unglaublich flexibel bin. So, ein bisschen anderes Video. Ich habe gedacht, ich decke einfach mal ein paar von den Fragen ab, die ich unglaublich oft kriege. Denkt dran, andere Fragen, die ich jetzt hier nicht beantwortet habe, die ihr generell schon immer hattet oder sowas, ab in die Beschreibung, ab in die Beschreibung, ab in die Kommentare, ich lese mir das dann durch, wenn ich das Q&A mache am 05.08. Wenn ich nicht genug Fragen kriege in den Kommentaren unter dem Video hier, dann werde ich auf Instagram nochmal fragen, also seht so, dass ihr mir auf Instagram folgt, dann werde ich da, wie gesagt, das Video auffüllen dann auch mit zusätzlichen Fragen, aber es kann schon sein, dass ich hier unter dem Video genug habe. Ich hoffe sehr, dass es euch gefallen hat, wenn ja, würde ich mich freuen, falls ihr ein Like da lasst, wenn ihr neue Seiten nichts mehr verpassen wollt in Zukunft, dann abonniert einfach und ich hoffe, wir sehen uns alle im nächsten Video wieder. Bis dann, ciao! Bis dann, ciao! Bis dann, ciao! Bis dann, ciao! Bis dann, ciao!